Restauriere alte Bilder mit einem Klick, teile deine Photoshop-Dateien mit anderen noch einfacher, um Feedback oder Zusammenarbeit zu vereinfachen und profitiere von den optimierten Filtern und Funktionen. In diesem Video zeige ich dir, was sich alles in der neuen Adobe Photoshop Version 2023 verändert hat. Wir gehen primär auf die PC-Version ein und am Ende des Videos auch noch kurz auf die spezielle Mobile- und Web-Version. Photoshop hat vor zwei Jahren das erste Mal ihren neuronalen Filter eingeführt. Das sind besondere Filter, welche KI-basiert funktionieren. In dieser Version wurde der Bild-Wiederherstellungsfilter veröffentlicht. Wir finden ihn unter Filter, neuronale Filter und dann Restaurierung. Damit können von bspw. Aufnahmen alter Fotos die Details verbessert werden, Kratzer und Fragmente korrigiert. Über Anpassen können wir auch noch Feinheiten einstellen. Jetzt haben wir auch noch den neuen Hintergrundersteller-Filter, mit welchem wir anhand von Wörtern, Texturen, Hintergründe und Co. KI-basiert generieren lassen können. Haben wir eine Beschreibung eingegeben, werden uns Beispiele vorgeschlagen und wenn uns eins davon gefällt, können wir dieses einfach auswählen und zu unserem Projekt hinzufügen. Wir können aber auch von den Vorschlägen ähnliche anzeigen lassen, falls wir noch mehr Variation haben möchten und über die Behance-Integration können wir uns auch Inspirationen holen. Dieser Filter funktioniert Cloud-basiert. Wir können unsere Photoshop-Dateien jetzt auch für ein Review freigeben. Das geht über die Teilen-Schaltfläche am oberen rechten Rand. Dort benennen wir unsere Datei und können festlegen, wer auf den Link zugreifen darf, welchen wir anschließend erstellen. Das Erstellen dauert einen Moment, da die Datei in die Cloud geladen werden muss und sobald der Link erstellt ist, können wir ihn kopieren und diesen teilen. Über den Link kann man die Datei dann über einen Webbrowser anzeigen und diese dann dort kommentieren. Hier können auch mit dem Pinsel und der Pinnadel Dinge in der Datei direkt markiert werden und dazu ein Kommentar geschrieben werden. Wir können die Kommentare dann über das Kommentare-Fenster in Photoshop direkt sehen und uns werden die Zeichnungen und Nadeln auch direkt im Projekt angezeigt. Diese Anmerkungen können wir am unteren Rand auch ausblenden und auf einzelne Kommentare auch antworten, diese als erledigt markieren oder löschen. Über die Freigabe können wir nachträglich auch den Zugriff nochmal verändern und bspw. eine aktualisierte Version hochladen, welche dann die erste Version ersetzt. Wir können einen Link auch nachträglich wieder löschen und über die Webseite alle unsere Links generell auch verwalten. Neben dem Freigeben können wir Personen auch zur Bearbeitung einladen. Darüber können andere Personen mit Photoshop Web auch an deiner Datei live mitarbeiten. Dafür muss die Datei aber in deiner Creative Cloud gespeichert sein, damit sie jedem zugänglich ist. Hier können wir ebenfalls festlegen, ob wir nur bestimmte Personen darauf Zugriff geben möchten oder jeder der den Link besitzt. Und wir können ihnen auch erlauben, eine Kopie zu speichern und bspw. ihnen den Download einer PSD-Datei zu ermöglichen. Mit der inhaltsbasierten Füllung, welche wir bspw. direkt auf eine Auswahl mit einem Rechtsklick machen können, haben wir jetzt die Möglichkeit weitere ähnliche Bilder als Referenz hochzuladen. Das soll uns noch bessere Ergebnisse liefern für den zu ersetzenden Bereich. Die zusätzlichen Bilder, welche du hier hochlädst, sollten aber von der Belichtung und dem Kamerawinkel sehr stark mit dem Ausgangsbild übereinstimmen. Wir können jetzt noch einfacher Elemente aus einem Bild entfernen. Dafür einfach mit dem Objektauswahlwerkzeug oder einer anderen Auswahl das gewünschte Objekt auswählen. Die Auswahlwerkzeuge wurden zudem auch verbessert, sodass die Ausschnitte noch qualitativ bessere Kanten haben sollen. Jetzt über einen Rechtsklick Auswahl löschen und ausfüllen auswählen und zack wird unsere Auswahl inhaltsbasiert ersetzt. Das konnten wir bisher auch über die Flächenfüllen Funktion machen. Jetzt geht es aber noch einfacher über die eigene Option, welche du auch ein Tastenküssel zuordnen kannst. Das Werkzeug zum Erstellen von Verläufen in Photoshop wurde überarbeitet. So sieht man jetzt, wenn man einen Verlauf erstellt, auch den Verlauf visuell über eine Linie, wo man ihn nachträglich auch nochmal bearbeiten kann, was vorher nicht standardmäßig ging. Hier können wir über die Punkte auch die Farbe ändern und durch Klicken auf die Linie weitere hinzufügen und die Mischung beeinflussen. Die Einstellungen finden wir auch weiterhin im Eigenschaften-Fenster, aber haben sie jetzt auch visuell auf unserer Projektfläche. Im Ebenen-Fenster wird jetzt auch eine richtige Verlaufsebene erstellt und keine normale Pixelebene wie früher. Wir können die Verlaufsebene auch rastern, wenn wir wieder so wie früher eine Pixelebene haben wollen mit dem Verlauf. Dann ist die nachträgliche Bearbeitung des Verlaufs aber nicht mehr möglich. Beim gaussischen Weichzeichner, welchen wir über Filter und Weichzeichnungsfilter abrufen können, sehen wir jetzt eine Vorschau in Echtzeit vom Effekt und nicht erst, wenn wir ihn angewendet haben. So können wir noch effizienter mit dem Effekt arbeiten. Adobe Photoshop unterstützt jetzt auch die Substance 3D Materials direkt in Photoshop, was das Zusammenarbeiten noch einfacher zu Substance macht. Für Windows wurde auch eine verbesserte Voreinstellung für den Auswahlerstellungsprozess hinzugefügt, was Funktionen wie die Objektauswahl verbessern soll. Auch neue Emojis wurden standardmäßig als Schriftart hinzugefügt und der Startbereich ist jetzt auch an die Fenstergröße angepasst. Einige der neuen Funktionen sind erst in der Beta-Version verfügbar, welche wir über die Creative Cloud App in einem eigenen Bereich herunterladen können. Alle Funktionen sollten aber mit der Zeit auch in die offizielle Version wandern. Die Web-Version von Photoshop, welche letztes Jahr in die Beta ging und wir einfach über den Browser verwenden können, wird stetig mit weiteren Funktionen der Desktop-Version erweitert. Zu diesem Release wurde auch die Bearbeitungsfunktion ergänzt und wir erhalten jetzt auch die Kurz-Tutorials, wenn wir über ein Werkzeug mit der Maus fahren, wie wir es von der Desktop-Version bereits kennen. Die Photoshop-Version für iPad wird auch stetig mit bestehenden Funktionen der Desktop-Version erweitert. Zu diesem Release wurden aber lediglich neue Tutorials hinzugefügt, welche den Einstieg vereinfachen sollen und Dateien, wo wir zur Bearbeitung eingeladen wurden, finden wir jetzt auch direkt auf der Startseite in deinem eigenen Bereich. Du willst die neuen Funktionen jetzt selber ausprobieren? Dann teste Photoshop kostenlos direkt über den ersten Link in der Beschreibung und um herauszufinden, was es in den anderen Adobe-Programmen Neues gibt, schau doch mal auf meinem Kanal vorbei. Wir sehen uns da!